Die iGirls kamen heute zu ETH von Coeur, um uns ihre besondere Robot-Geme zu zeigen. Und wie sie ein Roboter gebaut haben, um verschiedene Tatsachen anzunehmen und um so viele wie möglich zu tun, innerhalb von 2,5 Minuten. Wir haben einen Roboter gemacht, der eher kompakt und klein ist, der schneller sein kann und besser Kurven machen kann. Sie haben die Faszinierungen von Informatik und wie man mit Programmen kann, um etwas zu erreichen, was man will. Es ist extrem wichtig, die junge Mädchen in die MIND-Age, damit sie sich selbst entscheiden können, was interessant ist, und folgen ihre Passion, und damit sie nicht von jemandem zu sagen, dass das nicht für Mädchen ist. Natürlich ist es für Mädchen. Ich habe es seit 40 Jahren gemacht, und es ist wunderbar. Wir müssen mehr Menschen erreichen. Und ich weiß, dass Prof. Romkowicz ungefähr 20.000 junge Menschen erreicht, unter 10 Jahren, mit seinen Kursen, um ihnen Programming zu zeigen. Wir müssen mehr davon machen. Unser Fokus ist, wirklich versuchen, die Bildung allgemein noch zu verbessern. Und der Unterschied, den wir versuchen auch zu machen, ist folgend. Heute sind die Kinder meistens so unterrichtet, dass sie lernen, etwas zu machen, dann tun sie es. Und typischerweise fragen die, habe ich es gut gemacht? Und unser Ziel ist eigentlich, dass sie viel weiter kommen, in dem Sinne, dass sie auch lernen, selbst das, was sie gemacht haben, zu überprüfen, ob das stimmt, und viel mehr Selbstvertrauen aufbauen. Es ist kein besseres Alter als dieses in der Primarschule für die Begeisterung. Und wenn die Kinder einmal begreifen, dass sie etwas schaffen, was sie auch wirklich verstehen, nicht nur auswendig gelernt haben, dass sie etwas entdecken können, dann sind sie übermotiviert, dann können sie nicht mal aufhören. Eins, zwei, drei!